Moin Moin, ihr seid auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und wir gehen heute in den Wildpark Schwarze Belge und das wird das erste Video, das ich je gemacht habe. Es ist ein bisschen kurz geworden, es hat mir ein bisschen an Ausrüstung gefehlt und solche Dinge. Trotzdem hoffe ich, dass es euch Spaß macht und am Ende des Videos erzähle ich noch ein paar Worte dazu, ob ich nochmal wiederkomme, wem ich das empfehlen würde und lasst uns los gehen! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wem würde ich das empfehlen? Empfehlen würde ich das erstmal jedem, der sowieso schon mal den Wildpark Schwarze Berge mag und Tiere liebt. Weil Tiere, ne? Wenn du in einen Tierpark gehst, musst du Tiere lieben. Und das Ding ist, der Mittelalter-Marktteil ist so ein bisschen klein in dem Sinne, aber wo willst du den auch sonst unterbringen? Ich finde, der ist eine nette Dreingrabe, kostet ja auch nichts extra und ich würde es jedem, der sowieso gerne mal in den Tierpark geht und den Wildpark Schwarze Berge, der selber einfach top ist, empfehlen. Und dann einfach mal hingehen, Spaß haben, ein bisschen Mehl trinken. Und wir hatten viel Spaß und machen es bestimmt nochmal wieder nächstes Jahr. Dann mache ich auch mehr Aufnahmen, mehr Fotos, besseres Equipment habe ich mittlerweile und dann legen wir los. Alles klar, bis zum nächsten Video.